Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke, teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Will ich nicht? Nein, Sir. Ich bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt es mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, sein alter Freund von Gilotti. Der Stadtrat. Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gilotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja, aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauch dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa. Finde den Safe. Den Rest macht er. Was wird mich da erwarten? Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater. Das Haus ist also leer. Bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss. Und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das, Boss? Das ist unser Mann. Salvatore. Tutto bene. Ja, danke. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Ja, ich bin nicht. Tommy, wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt noch mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona Fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di... Di conoscerti. Meraviglioso. E' Furi. Mann, hier wollte ich immer schon mal rein. Und jetzt, wo ich einen Schnurrbart hab, ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Wow, das Zeug sieht lecker aus. Wir hätten gern Salami und, äh... Warte, warte, lass mich das übernehmen. Äh, scusi, babidi bupi. Gosa. Was machst du denn? Ich spreche Italienisch. Babidi bupi. Babidi bubidi babidi babidi. Nur weil du einen Schnurrbart hast, kannst du noch lange kein Italienisch. Babidi papa. Boppa bibi boppa baba bibi bapa. Du sei un basso, ma che volete qui. Van, warte, babisi. Warte, babidi bebi, babidi. Loppa bibi. Babidi huppara bibida. Pierörgerlo pragado Är 매력. Pbi guppara, bababibiti babidi Dann... ...was der Staatsanwalt auch dran glauben. Ja, ich bin eingeweiht. Ok, per favore, capisce. Trazerno in tu cerdino inturchiuniato senza farici sentire in imperiere. A Gasciaforte sta a redi in un guaccio, un primo piano. Tu rammi un'anticchia di tempo e lascia fare tutto a mia. In da Gasciaforte ci avrà sicuramente un'allarme. Äh, ja. Das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Äh, Minja. Als er gerade geredet hat, das war so monoton, als wäre er wieder in einem italienischen Radiosender her. Tu, was ich tue. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Forte. Sei. Faccio. Hier. Rabriere Gasciaforte. Abriere Gasciaforte. Himmel. Ok. Funk. Hören wir den Funk ab. Perfetto. Tolle Aussicht hier oben. Abvoltest du beiisi. Miramigioso. Er. Ecco. Ce lasemo gioco. Oh, ein Labyrinth. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Ja, ich hätte gern meine Nacht frei. Ja, du bekommst jetzt eine Nacht frei. Feierabend, mein Lieber. Die Sackgasse. Mach doch mal dein kleines Gute-Nachtsschläfchen. Das ist auch ein kleines Schläfchen. So, das nehmen wir auch mit. Das ist auch hier hinten. In die Ecke. Kleines Schläfchen. So, gute Nacht, mein Bester. Wie komme ich durch dieses scheiß Labyrinth? Okay. Das ist richtig. Ja. So. Ja. Genau. So. jetzt warst du frei eine wache oder auch gut hier haben wir jungen comic heft liegen natürlich jemand ist mit uns hier im labyrinth ich glaube das waren alle wirst du alles sauber doch wie ihr schief ging was Will der mich verarschen, oder was? Ich schwimme. Jetzt. Ich lasse mich schon, dass du den. Ich mach mal ein. Schauen wir mal, was es hier gibt. Hier kommen wir noch nicht weiter. So einen Weg gehen, oder? Aber Fenster. Ja, okay. Das ist auch ein Fenster offen. Okay, cool. Wie kommt man da jetzt rein? Was bist du denn für ein Einbrecher? Wo nach? Da Vinci. Ja. Ja. Wir müssen im nächsten Zimmer nachsehen. Ja. 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 Das ist ein Einbruch und kein... Hier hilft uns irgendwer auszuhalten und fertig. Hier ist kein Gemälde. Gibt's Heilung? Ah, hier war eins. Dann ist es wohl oben. Ach, nee. Hier ist die Chance, dass hier niemand ist und ich jetzt das richtige Ding finde. Ah ja. Ah, bravo. Oh, oh. Ist gut, eh? Klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Scheiße. Beeil dich, Salvatore. Pssst. Pasch, paschiezza, paschiezza. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Bitte. Ja, das ist ja. Das lese ich mal später. Boah es sind doch viele. Wo war noch mal das Medikid? Ist doch hier irgendwo ne? Habs wirklich nirgendwo oder was? Cool. Ja gut, dann ist das halt so. Ich kümmer mich um sie. Ich kümmer mich um sie an. Ist das andere? Ja. Oh, ich muss kurz mein Hetzer da entstecken, meine Lieben. Ich will nicht, dass ich mit leerem Hetzer bin und nichts ohne Ton viel weiter spiele. So, let's go. Oh, und nochmal. Und das war nicht so schlau. Oh, oh. 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 Okay, okay, schon gut. Gut, gut.